Müssen Rentner jetzt ihre Häuser räumen, ihre Wohnungen verlassen, so wie es eine grünen Politikerin aus dem Bundestag fordert? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wir haben ja nicht schon genug Probleme in Deutschland, unter anderem mit unserer gesetzlichen Rentenversicherung und viele andere Probleme auch mit der Umwelt und, und, und. Da kommt jetzt ein super klasse Vorschlag einer Dame und zwar von der Christina Johanne Schröder von den Grünen und die macht folgenden Vorschlag. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen das mal. Da gehen wir gleich mal rein, den Artikel hier aus dem Westen und der Zeitschrift aus dem Westen vom 26.08.2023 und die Frau Johanne Schröder fordert oder schlägt vor, dass die Rentner ihre Häuser räumen sollen, damit andere mit ihren größeren Familien dann dort einziehen können. Meine Damen und Herren, dass dieser Vorschlag Wellen schlagen wird, das ist doch völlig klar. Und dass der eine explosive Mischung hat, ist auch völlig klar. Und es ist vor allen Dingen ein sehr, sehr emotionales Thema. Und ich finde, liebe Frau Schröder von den Grünen, ist ein ganz schlechter Vorschlag. Und es zeigt auch, wie die Grünen aktuell konditioniert sind, dass sie immer mehr in die Richtung Neoliberalität rutschen und hier Vorschläge machen, die im Grunde genommen nur noch dazu dienen, dass die Menschen immer politikverdrossener werden. Also, um was geht es? Es geht darum, dass Senioren am besten aus ihren Häusern ausziehen sollen, um so Platz für Familien zu schaffen. Die Idee, man könnte Steueranreize schaffen, die es für Rentner attraktiver machen, das Haus zu vermieten und in eine Wohnung zu ziehen. In Deutschland gibt es zwar viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen. Das bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie brauchen und umgekehrt. Und die Frau Schröder sagt dann auch noch, sie stellt sich dann einen fairen Mietzins vor, der später auch von der Steuer abgesetzt werden sollte. Also müssen wir sich mal auf der Zunge zurückgehen lassen, meine Damen und Herren. Zum einen sagt sie, die älteren Herrschaften, Senioren sollen aus ihren Häusern, aus ihren Eigentumswohnungen raus. Die dürfen die dann vermieten, aber nur zu einem fairen Mietzins. Das heißt also, da ist dann wahrscheinlich noch gedeckelt. Und das wiederum, diese Einnahmen werden dann steuerlich irgendwie begünstigt. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, also man muss sich das mal auf der Zunge zurückgehen lassen. Stellen Sie sich vor, ich sage jetzt zu meiner Schwiegermutter, komm, du gehst jetzt aus deinem Haus raus, in dem du seit 50 Jahren lebst, sie ist jetzt alleinstehend, wo du zig Zehntausende Euros investiert hast für neue Fenster, für ein neues Dach, für eine neue Heizungsanlage, für eigentlich alles. Ja, und sie möchte da in Ruhe ihren Lebensabend genießen. Und das ist auch ein Teil ihrer Altersvorsorge. Betrifft ja nicht nur sie, sondern viele andere auch. Oder aber zum Beispiel Menschen, die Senioren, die in ihren Wohnungen, die in ihren Mietwohnungen leben. Ja, die haben sich doch da auch eingerichtet, meine Damen und Herren. Und die sollen jetzt aus ihren Wohnungen raus, damit andere, die vielleicht einen höheren Wohnungsbedarf haben oder mehr Fläche als Bedarf haben, weil sie größere Familien sind, hier letzten Endes dann einziehen können. Meine Damen und Herren, leben wir hier nach dem Zweiten Weltkrieg oder was? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, was das hier eigentlich noch soll. Also solche Vorschläge sind doch Hanebüchen, doch Irrsinn. Ja, und wir wissen alle, meine Damen und Herren, und da kommt jetzt wiederum der Jurist raus, der ich nun auch bin, der nicht nur immer auf den Meinungen anderer rumkloppt, sondern er sagt, das geht verfassungsrechtlich gar nicht. Ich kann doch die Leute nicht zwingen, aus den eigenen Häusern auszuziehen. Das ist ein Eingriff in Eigentum und Eigentum in Deutschland ist geschützt. Artikel 14. Genauso auch für die vermieteten Wohnungen. Das ist auch verfassungsrechtlich geschützt. Wir greifen hier in eine Privatautonomie ein, in eine Vertragsfreiheit. Die ist auch verfassungsrechtlich geschützt. Welche Wohnung ich in welcher Größe bewohne und wie ich sie gemietet habe, ist doch allein meine Sache. Und natürlich ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt nicht so prickelnd. Und wir wissen auch, dass viele Menschen bezahlbaren Wohnraum brauchen. Aber da ist doch die Bundesregierung dran schuld. Da passiert doch nichts in Deutschland. Das ist doch das ganz große Problem. Meine Damen und Herren, jetzt spinnen wir mal den Faden noch weiter. Jetzt müsste meine Schwiegermutter aus ihrem Haus ausziehen. Dann bekommt sie zwar eine Miete gezahlt für die Vermietung ihres Hauses, sie müsste sich selber aber auch eigenen Wohnraum suchen. Können Sie sich vorstellen, dass eigener Wohnraum, wenn die anderen schon keinen bekommen, für sie auch nicht da ist? Das heißt also, sie hat ja gar keine Chance, eigenem Wohnraum zu kriegen, der dann vielleicht auch noch bezahlbar ist. Wir wissen doch, wie die Mieten in den letzten Jahren nach oben gegangen sind. Versuchen Sie doch bitte mal in Berlin, München, Hamburg, Leipzig, Dresden, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen. Das ist fast unmöglich. Man legt da einen Haufen Geld hin. Also, das sind alles Vorschläge, die sind unter der Gürtellinie und dass sie von den Grünen kommen. Naja, meine Damen und Herren, das ist also auch alles nicht ganz so klar. Aber es stellt sich für mich natürlich auch immer mehr klar, dass die Grünen eigentlich keine ordentliche Sozialpolitik betreiben. Und vor allen Dingen, sie haben ja letzten Endes auch Verrat an ihrem eigenen Parteiprogramm begangen. Denn sie haben ja in ihrem Parteiprogramm, in dem Bundestagswahlkampfprogramm ganz klar reingeschrieben, dass sie eine erwerbstätige Versicherung in der gesetzlichen Rente und in der Krankenkasse haben wollten. Und das haben sie über Bord geworfen, weil sie ja unbedingt mit in die Regierung wollten. Und was jetzt hier gerade bei der Regierung passiert, das sehen wir ja gerade. Eigentlich im Wesentlichen nur noch Chaos. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht unterkriegen an alle Rentnerinnen und Rentner, die eigene Häuser haben oder in Wohnungen wohnen. Sie werden selbstverständlich nicht aus Ihren Häusern rausgeschmissen werden. Man kann sie da nicht rausschmeißen. Und Sie müssen auch keine Angst haben, dass Sie Ihre Mietwohnung verlassen müssen, nur um eine kleinere Wohnung zu nehmen, die Sie möglicherweise dann selber gar nicht mehr bezahlen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.